Infinite Warfare, Terminal aus MV2 als Pre-Order-Bonus bekannt. Activision und der Entwickler Infinity World haben den Pre-Order-Bonus für Call of Duty Infinite Warfare bekannt gegeben. Wer sich dazu entscheidet Call of Duty Infinite Warfare vorzubestellen, der bekommt die beliebte Mehrspielerkarte Terminal aus Call of Duty Modern Warfare 2 exklusiv dazu. Call of Duty Infinite Warfare erscheint am 4. November 2016 für PC, für Playstation 4 und für die Xbox One. Ja Leute, ich habe mir mal das Bild angeschaut, natürlich auch das andere, aber es geht natürlich hauptsächlich um das eine hier. Und ja, ich muss schon sagen, es sieht ziemlich nice aus, muss ich wirklich gestehen. Es sieht ein bisschen skurril aus, wenn man hinter dem Hintergrund die Erde sieht, aber unter dem Bild steht natürlich, dass das nicht das Endprodukt ist. Also, dass es auf jeden Fall nur ein Beispielbild sein soll, ungefähr, wenn man sich das Ganze vorstellen kann. Also, es sieht schon ein bisschen schräg aus. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Map in einem riesengroßen Hangar spielt, vielleicht unter einer riesengroßen Kuppel. Somit halt mit, wie sagt man, mit, äh, helfen wir mal schnell, mit einer künstlichen Schwerkraft. So könnte ich mir das Ganze gut vorstellen. Auf jeden Fall können wir davon ausgehen, dass die Map 1 zu 1 aus MV2 und MV3 übernommen worden ist. Finde ich auf jeden Fall schon mal richtig nice, dass das hier die Bonus-Map ist. Ich hätte mir zwar auch gewünscht, Rost war das, glaube ich, aus MV2, diese kleine Mini-Map, was ja auch ziemlich ultra geil war. Aber ich muss sagen, natürlich schlägt mein Herz für Terminal. Ich habe Terminal, also auf Terminal, nach MV2-Zeiten, tolle Sachen erlebt. Hat richtig Fun gemacht. Ist eine tolle Map. Schöne, schnelle Shotouts. Und ja, gibt natürlich auch ein paar schöne Ecken für Sniper. Also, auf jeden Fall eine richtig krasse, geile Map. Und ja, ich freue mich jetzt schon irgendwie auf Infinite Warfare, weil da nämlich es aufhört mit diesem ganzen scheiß Wall-Run. Und ich denke, da wird das Spiel wieder ein wenig interessanter werden. Nur halt dieser Doppelboost, der geht halt vielen von uns auf die Eier. Aber naja, was soll's. Warten wir mal ab, was die XP im September sagt. Wenn es da schon erste Bilder vom Multiplayer geben wird, hoffe ich, dass da auch etwas veröffentlicht wird. Aber ich denke schon, da wird schon ein bisschen was raus durchsickern. Und besser gesagt, da wird wahrscheinlich auch, denke ich mal, der Multiplayer offiziell bekannt gegeben. Oder bekannt gemacht. Okay Leute, ich bin raus. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte ein Like hier unten, ein Abo. Bis dann, euer Novi. Tschüss.